Liebst du auch die Farbe rosa auf den Nägeln? Dann zeige ich dir, wie wir dieses außergewöhnliche Design kreiert haben. Auf deinen vorbereiteten und verlängerten Nagel trägst du zuerst eine dünne Schicht Yolifin Laveni Pro Grundiergel auf. Das Grundiergel härtet in 60 Sekunden im Dual UVA LED Lichthärtungsgerät Plus aus. Modelliere danach deinen Aufbau mit dem Yolifin Laveni Pro Fiberglasgel und lass wieder aushärten. Anschließend entfernst du die Schwitzschicht mit Cleaner und feilst den Nagel in Form. Die groben Feilspuren glättest du mit einer Bufferfeile. Sobald du den Feilstaub gründlich abgebürstet hast, überziehst du den gesamten Nagel mit dem Yolifin Laveni Shellac Taube. Wiederhole den Farbauftrag, um die Intensität zu erhöhen. Lass das Farbgel aushärten und trage das Glossy Versiegelungsgel ohne Schwitzschicht auf. Danach wird wieder ausgehärtet. Währenddessen gibst du etwas von dem Wet Look Farbgel Pastel Pink auf eine Mischpalette. Mit dem weißen Pinsel aus dem Nailart Pinsel Set Fine zeichnest du nun das Mosaikmuster auf den Nagel. Lass jetzt 40 Sekunden aushärten und arbeite dann direkt das Pearl Chrome Pigment White mit einem Applikator ein. Überschüssige Pigmente entfernst du ganz einfach mit dem Yolifin Staubpinsel Big Mermaid. Nun trägst du noch eine Schicht von dem Yolifin Laveni Versiegelungsgel mit UV-Schutz auf. Danach lässt du ein letztes Mal aushärten und entfernst die Schwitzschicht mit Cleaner. Wirst du deine Nägel auch so verzieren? Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Design. Bis bald, deine Anna Pretty Nail Shop Jedes Mal ein Päckchen Glück Kaffee